Bist du wirklich 18? Wieso sehe ich älter aus? Edmund, du solltest mir doch mit den Einkäufen helfen. Vielleicht hast du nächstes Mal Merkel kleiner. Kleiner? Ich bin ein König. Nicht in dieser Welt. Lucy, hast du dieses Schiff schon mal gesehen? Sieht sehr nach Narnia aus, findest du nicht? Was ist denn hier los? Edmund, das Gemälde! Nein, Osakius! Halt! Edmund! Aslan! Willkommen, ihr seid von weit her gekommen, aber eure Reise liegt noch vor euch. Ripici! Eure Majestäten! Wenn es also keine Kriege zu kämpfen gibt, warum sind wir dann hier? Ihr alle müsst euch einer Prüfung unterziehen. Edmund, ich kann dich zum König machen und vieles mehr. Wunderschön. Ihr habt ein außergewöhnliches Schicksal. Großartiger als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Nach dem Meisterwerk von C.S. Lewis. Das Schicksal von Narnia liegt in eurer Hand. Endlich. Mehr Hoffnung. Mehr Magie. Dieser Ort wird immer seltsamer. Mehr Narnia. Ihr seid nicht ohne Grund zurückgekehrt. Euer Abenteuer beginnt jetzt. Die Chroniken von Narnia. Die Reise auf der Morgenröte. Ab Weihnachten 2010 im Kino. 12"; Ab Mentor. Ab Weihnachten 2010 im Kino. Ab Weihnachten 2015 im Kino. Ab Weihnachten 2021 im Kino.